Ich würde unglaublich gerne Gletscher mal sehen. Mal ganz unten auf dem Meeresgrund sehen, was da los ist. Bisschen was zu erleben, was keiner macht. Achttausender, das ist so, wo ich mich wohlfühle. Ich würde gerne die Alpen überqueren. Ich muss nicht nachdenken, ich muss nicht gucken, wo gehe ich am nächsten Tag lang, weil jede Richtung gut ist.